Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 25 bis 27. Mai 2018. Es ist ziemlich, ziemlich heiß meine lieben Freunde. Es kommt eine Hitzewelle auf uns zu, die beginnt heute und geht eine kleine Weile. Dabei treten auch jeden Tag schwere Gewitter auf. Heute sind sie teilweise noch stärker als morgen und übermorgen. Das meiste entlädt sich erst mal heute, aber die Gewitter morgen und übermorgen sind nicht zu unterschätzen. Zu den Temperaturen, heute und morgen werden in der Mitte von Deutschland nur 21 bis 25 Grad erreicht. Im Süden Deutschlands bis 27 Grad und im Norden und im Westen Deutschlands wird es richtig heiß mit über 30 Grad. Das kommt auch in den Aussichten gut rüber. Es bleibt heiß und es wird noch heißer. Die Temperaturen gleichen sich an. An den Küsten ist es ein bisschen kühler, sonst im Landesinneren ist es ziemlich heiß. Es ist sonnig bis wolkig, aber jeden Tag treten auch schwülwarme Gewitter auf. Das war das Wetterupdate. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.